Ich mache es kurz. Das ist Robert Felder. Er beginnt heute an zu arbeiten. Wir alle wünschen Ihnen viel Erfolg. Hey, wie heisst du? Hallo Stefan. Hast du ein Auto dort? Was? Du verstehst nicht. Ich dachte, den Mann habe ich nicht gesehen. Hau ab, verpässt dich! Mit 130 wachst du langsam. Mit 150. Ich fange zum Hingerkopf an zu kribbeln. 180. Es löst sich langsam alles auf. Was? Was? Was?